Mein Name ist Ulfried Goiter, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Als Psychotherapeut habe ich viel mit dem Gefühlsleben von Menschen zu tun. Gefühle zeigen sich im körperlichen Ausdruck und ein körperlicher Ausdruck eines Gefühls ist der Applaus. Die Entwicklung der Hände ist mit das, was den Menschen zum Menschen gemacht hat. Als die Affen von den Bäumen runtergekommen sind, sind die Hände frei geworden. Natürlich in erster Linie, um sie wirklich als Werkzeug zu benutzen. Aber dann konnte sie natürlich auch benutzt werden als Ausdrucksorgan für Gefühle. Applaus ist eine Form von Sprache mit den Händen. Und zwar die Sprache der Begeisterung. Der schönste Applaus ist der Applaus, der sich spontan äußert. Applaus kann bestrafen. Applaus ist immaterielle Belohnung. Applaus ist ansteckend. Großer Applaus ist auch eine Ode ans Leben, eine Ode an die Freude. Vielen Dank. Applaus ist die Anwesene. Vielen Dank.